Das war's für heute. Was würden Sie sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rivale? Nach letzter Woche läuft es um einiges besser, oder? Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man Sie unterschätzt hat? Danke für den Kommentar. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir sind jetzt in der Lage, neue Sponsoren für das Team zu gewinnen. Geh zum Firmen-Tab und öffne den Sponsoren-Bildschirm, um zu entscheiden, welche wir kontaktieren sollen. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020